Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kevin-Alleine-Marketing, dem Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Letzte Woche ging es um Kundenzufriedenheit und da hatte ich dir ja versprochen, dass ich dir ein paar Modelle und Analysemethoden vorstelle. Heute also das Kano-Modell zur Kundenzufriedenheit. Das Kano-Modell ist ein Modell, um den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften eines Produkts oder einer Dienstleistung und der Kundenzufriedenheit darzustellen. Damit kann man also die Wünsche eines Kunden bei der Herstellung oder der Entwicklung eines Produktes berücksichtigen. Das Ganze geht auf die Forschung und Analyse von Noriyaki Kano zurück, der Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre die Kundenzufriedenheit analysiert hat. Die Merkmale von Kundenanforderungen innerhalb des Kano-Modells sind die Basismerkmale, die Leistungsmerkmale, die Begeisterungsmerkmale, die unerheblichen Merkmale und Rückweisungsmerkmale. Die Basismerkmale sind für den Kunden selbstverständlich und werden vorausgesetzt. Ein Konsument ist nicht automatisch zufrieden, wenn die Basismerkmale vorhanden sind. Immerhin hat er diese ja erwartet und vorausgesetzt. Fehlen sie, führt dies unweigerlich zur Kundenunzufriedenheit. Ein Beispiel. Du kaufst ein Handy. Basisanforderung ist, dass man damit telefonieren kann. Geht das, führt dies nicht zur Kundenzufriedenheit, weil du hast es ja erwartet, dass man damit telefonieren kann. Geht es allerdings nicht, bist du wirklich unzufrieden. Leistungsmerkmale oder auch Qualitätsmerkmale werden vom Kunden erwartet und sogar verglichen. Sie sind wichtig für den Markterfolg und um einen gewissen USP zu erhalten. Ein Beispiel. Stell dir das Handy vor, was du gekauft hast, mit einem hohen Akkuverbrauch. Je nach Handy bist du damit natürlich wirklich nicht zufrieden. Ist der Akkuverbrauch aber niedriger als erwartet, kann das deine Kundenzufriedenheit steigern. Die Begeisterungsmerkmale dienen, wie der Name schon sagt, dazu, den Kunden zu begeistern. Es ist nicht schlimm und führt auch nicht zur Unzufriedenheit, wenn sie fehlen. Sie werden vom Konsumenten nicht erwartet. Sie werden zusätzlich genutzt, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Bleiben wir beim Handybeispiel. Du hast das Handy gekauft. Der Akkuverbrauch ist relativ niedrig. Und du stellst fest, da ist eine Schutzfolie drauf. Du bist also begeistert, weil du hast die Schutzfolie nicht erwartet. Würde sie fehlen, ist es nicht schlimm, weil du hast sie sowieso nicht erwartet. Du hast damit gar nicht gerechnet. Aber Vorsicht! Begeisterungsmerkmale können auch in Basismerkmale umschwenken. Unerhebliche Merkmale haben keinen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Egal, ob die Merkmale vorhanden sind oder nicht. Wenn wir nochmal beim Handybeispiel bleiben. Früher gab es im Handy als Vorgänger vom Bluetooth die Infrarotschnittstelle. Damit konnte man das Handy als Fernbedienung benutzen oder sich auch Klingeltöne hin und her schieben. Heute ist es unerheblich, ob die Infrarotschnittstelle noch verbaut ist oder nicht. Man braucht sie sowieso nicht mehr. Es ist also unerheblich. Rückweisungsmerkmale führen zur Unzufriedenheit, wenn sie vorhanden sind. Infolgedessen wird das Produkt nicht gekauft. Um letztmalig beim Handybeispiel zu bleiben. Das neue Betriebssystem von Huawei, Harmony OS. Es kann sein, dass viele Konsumenten das neue Huawei aufgrund des Betriebssystems nicht kaufen. Es liegt also ein Rückweisungsmerkmal vor. Grafisch kann man das Kano-Modell natürlich auch darstellen. Wird beim Podcast zugegeben allerdings ein bisschen schwierig. Google einfach mal nach Kano-Diagramm. Das war es schon wieder für heute. Ein kurzer, schneller Einstieg und Abriss ins Kano-Modell. Nächste Woche geht es dann mit den Analysemethoden weiter. Lass mir gerne ein Like oder ein Kommentar da oder schreib mir unter kevinalleinimmarketing.atoutlook.de Wir hören uns. Bis dann. Bis dann.